Der Todesberg. Bekannt für großartige Dungeons und nicht so großartige Bewohner. Und auch in Tears of the Kingdom hat dieser so einiges zu bieten. Können wir hier der tödlichen Lava entkommen? Genau das erfahrt ihr in diesem Video. Boah, Junge! Was? Oh mein Gott, wie cool! Wow, ist das geil! So, Beyblade! Oh, das ist wild hier. Das ist richtig wild. Hallihallo. Dann machen wir uns hier mal auf den Weg. Wir gehen hier rein. Warte, 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 warte. Link, rein da. Durch da. Schnell. Diep, 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 diep. Huh, das ist cool. Perfekt. Rein da. Und wir sind in Goronia. Zap, zap. Okay. Hier hin. Oh mein Gott, was ist mit ihm passiert? Yunobo! Er sieht aus wie ein mexikanischer Wrestler. Ach, nah sieh an. Wer auch wieder da ist. Unser Link. Du bist so mickrig, dass ich dich fast übersehen hätte. Was soll das hier heißen, hallo? Plan ist, dass wir dieses zweite Dungeon hier machen. Dann auf geht's. Rein da. Oh, da ist ja Zelda. Hallo. Zieh die doofe Maske aus. Wir wollen, dass du wieder unser lieber Yunoboss wirst. Was zur Hölle ist mit Zelda los? Wir haben ein kleines Problemchen beim Fight. Vielleicht merkt ihr es an der Temperaturanzeige unter meiner Ausdauer. Link ist gerade eben sehr heiß. Link ist gerade sehr knusprig unterwegs. Die Anti-Feuerrüstung, genau. Ja, kaufe ich mir jetzt. Sehr gut. Die Feuerrüstung haben wir uns jetzt gesnackt. Und das bedeutet, wir gehen jetzt hier wieder rauf. Hey, auf geht's. Rein da. Okay. Oh mein Gott. Oh, oh, Junge. So, und jetzt ist die Maske wieder ein bisschen gebrochen. Oh mein Gott. Und, bup. Alles in Ordnung? Niemand verletzt? Nee, nee, alles gut. Link, hilf mir und zeig mir, wo genau ich hinkugeln soll. Du zielst, ich donnere los. Alter, Junobus macht über das Feuer. Man wird wirklich zum Avatar, oder? Link, komm bitte zum Todesberg, um Prinzessin Zelda zu suchen. Machen wir. Auf geht's. Tschüss. Ach, er kommt mit. Okay. So, alle aussteigen bitte. Zack. Zack. Let's go. Yeet. Okay. Bonk. Und jetzt komm her. Zack. Sehr gut. Tschüss. Ah, Link. Hier drüben. Oh mein Gott, Zelda. Oh mein Gott. What the freaking Prodino Minio. Was ist das hier? Steuern. Starte. Oh mein Gott, wie cool. Dodgen. Ah, mein Gott. Jetzt gleich. Rein da. Bam. Let's go, Junge. Oh mein Gott. Nein. Angriff. Sehr gut. Und jetzt nochmal. Punks. Sehr geil. Okay. Puh. Nice. Prinzessin Zelda, halte durch. Ich komme. Okay, wir gehen da jetzt einfach mal rein. Oh mein Gott, wie cool schaut das denn aus. Wow. Wow, ist das geil. Gut. Dann sind wir jetzt hier unten. Los, lass uns schnell zu Zelda gehen. Okay. Schauen wir mal hier rüber. Hier ist ein Rad. Das Werfen. So, perfekt. Nein, 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 nein. Halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp, halt, stopp. Du machst dir gar nichts. Du machst dir gar nichts, mein Freund. Das ist, um hier über die Lava zu kommen, aber das brauchen wir nicht, wenn wir einfach raufklettern können und rüberfliegen. Geht natürlich auch. Ah, perfekt. Hallo. Na, wie, 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 what's, what's popping? Oh mein Gott. Yeet, 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 yeet. Yeet. Okay, hier sind Schienen. Ha. Junovo, mach was. Ah, mach was. Was? Nein, ich bin ja im Vulkan. Nein, dort kann ich keine Donnerblumen setzen. Wir machen keine Donner-Donner-Sachen. Wir machen hier einfach das hier. Wir brauchen die nicht. Wir nehmen das hier. Wir nehmen das hier. Und rein da. Let's go. Weg mit dir, yeet. Ah, hier ist Ende Gelände und da beginnt der Dungeon. So, wir sind da. Feuertempel, der vergessene Stadt Goropolis. Die vergessene Stadt Goropolis. Hä? Kam die Stimme, die ich gehört habe, etwa von hier? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh, da ist Zelda. Hi, Zelda. Hi. Prinzessin, wartet, bitte. Ich muss euch was fragen. Oh mein Gott, ist dieser Tempel geil. So, hier ist eine Chest. Die machen wir erstmal auf. Sie sind Holzpfeile. Da ist Prinzessin Zelda. Die ist übelster NPC. Okay, wild. Wild. Oh nein, das ist gar nicht gut. Prinzessin Zelda ist dort drinnen gefangen. Wir müssen sie schnell retten. Bros, so haben wir nicht verstanden. Sie ist böse. Okay, wir müssen das Tor hier aufmachen. Das Tor, das deinen Weg versperrt, ist mit fünf Schlössern. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das stimmt. Nutze deine Macht, um alle fünf zu öffnen. Dann sei dir der Einlass gewählt. Alles klärchen, Bärchen. Das wird gemacht. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert diesen YouTube-Kanal. Lasst doch einen Like da und schaut bei den anderen Socials vorbei. Instagram und TikTok vor alledem, um keinen Content mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem restlichen Video. Passt, auf geht's. Sesam öffne dich. Ähm. Aloromora. Zicke, 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 zicke. Heu, heu, heu. Tor öffnet sich nicht auf magische Art und Weise. Das bedeutet, hier muss irgendwas geschehen. Dann gehen wir hier weiter rauf. Easy. Nice. So, Feuertempel, Ebene 2. Was ist das hier? Das machen wir mal kaputt. Dinge kaputt machen immer gut. Was macht das? So brauchen wir es. Genau. Perfekt. Greifen wir es. Und fahren hier entlang. Onk. Und auf geht's. Perfekt. Das hat uns ja sehr viel gebracht. La 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 la. Ich bin Tony Hawk. Ah, wait. Wer braucht Loren, wenn wir Raketen haben? Oh mein Gott. Wir wurden weggeblockt. Scam. Zack. So. Jetzt. Easy. Easy. Chest immer bueno. Ein Rodonid. Wir sind jetzt hier oben. Und das bringt uns was? Wollen wir da hinten rauf? Geh, wir machen... Nein! Wenn so ein Inter... Wait a minute. Moment. Okay, okay, okay. Wild. Kommen wir auch so hoch einfach. So, und dann hier rüber. Das sieht sehr bueno aus, meiner Meinung nach. Yunobo! Wo bist du? Wait a minute. Da ist Yunobo. Schau mal Link. Sieht wie ein Gong aus. Aber was genau ist das? Ich schleudere dich einfach dagegen. Dann wissen wir es, okay? Ach so. Wir schauen hier einfach mal, was das macht, okay? Wie funktioniert das hier am besten? Wir machen mal die Rampe ein bisschen flacher. Das geht! Easy! Easy! Perfekt. Das erste Ding ist gefallen. So. Bonk. Zweiter Gong. Sehr gut. Okay. Ha. E4 müssen wir da hin. Okay, wild. Wir müssen noch eine Etage weiter hoch. Ebene 4. Wir sind hier. Erdgeschoss. Und... Erdgeschoss. Nice. Okay. Feuertempel Erdgeschoss. Da muss Yunobo bitte wieder her. Ah! Was bist du für eine Piranha Plant? Weg da mit dir. Das gibt es ja nicht. Zack. Was haben wir hier drinnen? Ein Sonanium-Shift. Zack. Nehmen wir den. Perfekt. Was? Das ist eine Rampe, Bro. Wir gehen jetzt hier zusammen rüber. Und dann bongst du das weg. Danke sehr. Das sind dann vier. Okay. Das hier ist unsere letzte Hürde. Zack, zack, zack. Rein da. Okay, dann sind wir hier. Wir haken das da ein. Oh ja. Finde ich gut. Easy. Was hat es gemacht? Easy. Alter, das war jetzt ein Krampf. Alle Schlösschen sind offen. Wuhu. Rein da. Hello. Wer kommt da? Oh. Oh mein Gott. Ah. Explodiere da oben. Nice. Okay, nice. So. So, damit ist die erste Phase rum. Sehr gut. Ich kann ihn ja einfach hier an der Wand hoch. Dann wird er schon was treffen. Ja, eh. Genau. Dann wird er schon random was treffen. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. So, Beyblade. Wuhu. So, eine Phase davon brauchen wir noch und dann haben wir es. Zwei, drei, fertig. Sehr gut. Ich bin dein Arme aus einer längst vergessene Zeit. Uh. Ah. Okay, die gehen jetzt einfach alle weg. Nice, 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 nice. Okay. Und wir haben Schwur von Yunobo. Weißer des Feuers. Nice. Weißer des Feuers. 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 Weißer des Feuers.